Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer spektakulären neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Hier auf Trend17TV, euer T wie immer für euch am Mic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz lieben Dank auch nochmal für die Comments und Likes auf das Projekt. Bitte auch weiterhin schön den Daumen nach oben, das ist wichtig, hilft dem Kanal weiter und bestätigt mich, dass ich hier weiterspielen soll. Und ja, noch ein bisschen, noch mehr Spaß an dem Projekt hier habe. So, wir gehen jetzt mal diese wunderschöne, wir können auch sprinten, wunderschöne Landschaft, Schneelandschaft hier hoch, den Berg. Ich glaube, wir müssen auch an die höchste Stelle klettern, kann das sein. Ich bin jetzt nicht so Assassin's Creed Vollprofi. Die sammeln wir alle, komm. Ach, Proviant ist voll. Ich glaube, das könnte schon hier die höchste Stelle sein, oder? Nö. Da hinten, der ist höher, ne? Ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Da, da ist er. Wird ja sogar gekennzeichnet. Ist das nicht schön? So, dann haben wir gleich einen besseren Überblick hier. So, sie können sie ja. So, sie können sie ja. So, da, jetzt müssen wir hier irgendwie runter, können wir hier runter? Jawollo. So, mein Proviant ist freudig, kann also so weiter nichts sammeln. Wir müssen jetzt unsere Besatzung retten. Kann ich den meucheln, oder so? Oh, ich habe noch keine Waffe, ne? Doch. Doch, ich habe hier die Axt. Oh, geköpft. Heftig. So, jetzt mal gucken, was du hier Schönes hast. Ich brauche Proviant. Nahrung sammeln, Proviant ist voll. Okay, hier können wir nichts mehr holen. Irgendwelches Geld, jawohl. Mal alles angucken. Pfeile. Da war aber noch was. Was hast du da? So, wir müssen da lang. Schauen wir mal, wie die Lage ist hier. kinderhode? Ja? ob sich die Leute hier rumlaufen aber bisher sehe ich hier noch gar keinen na? was war das? ah ich habe doch schon Pfeil und Bogen habe ich schon ja 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 wo ist der reingegangen? ja 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 Mann die sind aber auch schnell kann man kaum sehen keine Chance singendes Eisen da findet ein Kampf statt ja 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 schwertkor weggeschlichen was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen ein Fehler den er bereuen wird jedoch nicht heute ich sei in Öchwaldsnes auf ein Schiff steigen und den Osten segeln ohne unsere Mannschaft noch ist es möglich unsere Männer zu retten ich finde sie du machst das Langschiff bereit du Rampensau du willst die Rettung allein übernehmen damit es im Siegeslied nur um dich geht was? ich könnte auch den Strand stürmen zwei Dutzend Männer töten unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen wie du willst nein nein ich nehme den Strand das ist der gefährlichere Weg such du das Langhaus nach den unseren ab oh und hier der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen geh wir sehen uns dann beim Schiff Schlacht um die Nordwege Schlacht um die Nordwege Schlacht um die Nordwege überblicke das Landfeind überblicke das Landfeind da ist einer noch mehr ah mit X Markierung setzen ok ah das müssen wir hier noch ein bisschen üben hmm schreie schreie 동 in ist die die schreie die schreie ja die das geht wenn die Oh oh. Hier sollte ich vorsichtig sein. Stimmt was? Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Hier ist eigentlich ganz gut. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Im Dach. Wie ich da raufkommen soll. Oh. Da komme ich ja sogar nicht rauf. Sie fahren an der Seite irgendwie hoch. Meint der das Haus hier? Da. Da. Wenn du dich weiter so rindest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aß. Wo ist er denn? Ich sehe ja gar nichts. Da ist keiner. Da ist ja gar nichts. Rikulf 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 Oh shit, 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 hallo Keine Ausdauer mehr Oh, das sieht nicht Oh Ja, ich kann nix sehen Scheiße Warum ziehst du denn nicht? Da Hallo, du geh doch mal zur Seite So Komm zurück, du Feindling Ich hab keine Pfeile mehr Ja, das haben wir ihn endlich Oh, da muss ich aber noch ein bisschen üben Der war recht stark schon Vater Du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen Wenn ich mein Leben gebe Verschonst du meinen Clan? Nein Nein, Varin Nein, Varin Nimm deine Axt Tötet sie alle Nein 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 So, gehen wir mal An's nicht Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja natürlich So, schnell. Komm, Leute. So, Inventar. Kann man mal eben gucken. Oh mein Gott. Es gibt Waffen und Hauptfelder. Wir machen jede einzigartige, nicht eigene Kampfstil. Haupthand. Ausgräufe verursachen Schaden. Danke, Schadens. Nebenhand. Schilde. Ja, da machen wir das Schild. Zwei Handwaffen. Zwei-händig geführte Belegenweide. Waffenfelder. Ferngrafenangriffe für Bo... Ja, Bogen ist natürlich sehr cool. Eigene Pfeile benötigen. So. Ich hab doch ein Schild jetzt neu, ne? Oder ich nehm noch ne... Bum, bum, bum. Noch ne zweite Waffe. Ja, das ist gut. So, machen wir das. Schuhe. Das ist Rüst 14, 15. Oh, die sind ein bisschen besser hier. So, und... Was haben wir hier? Armschienen. Ja, sehr schön. So, dann ziehen wir... Was haben wir hier noch? Ein Cap oder was? Ach, hinten. Ein Mantel. Boah, sehr cool. Nehmen wir. So, denn das Hemd kriegen wir auch was Besseres. Sehr schön. Mahlzeiten. Okay. L1 nehmen wir. Okay, L1 neben Waffe einsetzt. Okay, haben wir. So, okay. Jungs, dann. Hier machen wir nochmal eben schnell den Köchern her. Pfeile sind immer gut. Haben wir noch mehr? Da. Oh, jetzt geht's ab schon. Okay. Oh, jetzt geht's ab. So, der Nächste. Ah, nee, das... Ist das meiner hier? Ach, der ist schon platt. Ne, das ist einer von meinen. Okay. Schon mal schön Schwächenfeuer. Oh, heftig. Kommt rein, ja. Ich muss mal irgendwie... Plündern. Okay. Ach, wenn die kurz aufblinken, dann kann man die noch plündern. So, kommt. So. Wiederholen, wiederbeleben. Okay. Kann wir hier auch. Cool. Mit denen plündern. Und denen auch. Das ist ja cool. So, ich weiß hier immer noch nicht so recht, ich wäre... Das ist, glaube ich, einer von den Feinden. Oh, richtig weggeflext in den Vogel. Man kann das manchmal nicht so richtig unterscheiden, wer hier Feind und Freund ist. So, ist hier noch jemand? Der. Alter, ist das brutal. Okay, da ist schon wieder jemand verletzt. Ja, ja, ja. Geh rein, geh rein. Wiederbeleben. Komm, Schluffi. War eine Frau. Cool. Und schon wieder jemand. Wiederbeleben. So. Was sind das alles? Wie war ich, Eier hier? Mensch. So, alle schön weggeflext hier. Sehr schön. Moment. So, den Rest könnt ihr erledigen. Braucht meine Pfeile noch. Bei den Göttern. Hammer. Okay, wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Wenn wir hier noch irgendwas plündern. So. Ah, da sind noch mehr. Okay. Kommt, Jungs. Komm her, Baby. Komm zu Papa. Komm her, Baby. Ah. Okay. Der ist tot. Oh. Aufpasse. Den haben wir auch. So, komm. Du bist auch noch dran, ja. Okay, da ist schon einer wieder verletzt. Schon wieder die... Ne, der Typ dachte schon wieder die Frau. Oh, noch einer verletzt. Mann, 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 Jungs. Was macht ihr denn hier? Okay. Ist noch jemand hier? Wir müssen aber hier hin. Kommt! Hier kommt ein Schicksal. Ja, Fragi. Nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heim. Götter! Das wurde ja auch Zeit. Jawollo. So. Mit diesen superschönen Bildern. Flussvoll Siegel setzen. Siegel setzen! Mit diesen superschönen Bildern verlasse ich euch in die nächste Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, übernehmt, äh, ja, lasst ein Abo da und übernehmt Verantwortung für eure Taten, genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020